ja und damit ein herzlich willkommen zu no man sky liebe freunde schön dass ihr wieder einschaltet mein name ist aldun lp und wir machen jetzt weiter wo wir letzte folge aufgehört haben wir sind jetzt in meinem neuen planet gelandet diese planet sieht mehr schön aus wie ihr seht nicht wie die andere planeten da war überall was haben wir hier krise nicht krass nimm ich mal dreck mit was guckst du mich hier an gar nicht gut ganz gut jetzt mit dir kommen ja so ach du scheiße ich glaube ich muss hier ganz schön weg boah das sieht ja mega schön aus wo was ist das denn jetzt haut ab warte ich geh mal hier rein ganz schnell vielleicht gehen die dann weg so haben wir hier irgendetwas multi werkzeug ok was haben wir hier noch das was schild wieder herstellen ok so ich glaube die sind weg sehr gut oh nein moment wir speichern erst mal dieser planet sieht ja richtig nice aus gefällt mir haben wir das schon gemacht hallo ok das könnte wir machen überbrückung wie ist das nochmal überbrückung chip so was machen wir jetzt machen wir mal die hier suchen nach kolonialen außenposten ok dahinten ist seine ok so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Was haben wir denn hier? Kurz mal analysieren Ah, Platin Oh, kein Treibstoff Okay Technologie aufgeladen Also brauchen wir Plutonium Gut So, wo war das? Ähm Da hinten Oh, sieht das geil aus Sind die auch andere Tiere? Was haben wir denn da? Warte mal, ich lande mal hier Ich hab da irgendetwas gesehen Aber ich weiß nicht, was das war Oh, das nehmen wir mit Oh, die Bäume sehen ja auch ziemlich nice aus Was habe ich überhaupt Platz? Hm, oh, genügend So, weg mit euch, weg mit euch Oh, das ist gar nicht gut Ah, wir können aber hier speichern Warte Speichern Boah, das sieht krass aus Boah, dieser Stabschubdüse geht ganz schnell weg Das ist auch scheiße Hoffentlich machen die das irgendwann weg Oder Ja, da geht 25% Hey, das ist schon viel Ich frag mich, ob hier auch Tiere gibt Bisher habe ich keine gesehen Boah, das ist so krass Oh, was haben wir hier? Warte mal Hier landen wir Landen So Plutonium Das brauchen wir hier So Was haben wir hier? Phasenstrahler Wo ist der Eingang? Okay, hier Gehen wir mal rein Okay, schon wieder Plus 4 Können wir hier was noch scannen? Be hier Was? Be hier Eid Oder irgendwie sowas Ah, guck mal Da können wir schweichern Hab ich da gar nicht gesehen Hab ich da gar nicht gesehen Ach du Scheiße Ah, und es regnet Alter Also Ich bin das Ja, ich bin das Ich bin das Und ich bin das Ich bin das Wie ich bin das Und sich hier ja das ist doch wunderschön das ist einfach nice höh hier regnet es nicht was ist das denn hier vorne regnet es aber da nicht warte mal komischer wetter hier wollen wir auch nicht jetzt regnet es wieder schon gellos stufe 5 ok gehen wir mal weiter warte hier waren wir noch nicht glaube ich ja was ist das hier gut speichern können wir ja machen so schnell weg hier hier ist das sieht so nach honig nest aus so und regen ist natürlich ganz schnell weg ok sie haben ja kein tier entdeckt schade englisch dachte hier wäre jetzt ganz viele tiere sieht das krass aus megaschön alles klar gehen wir mal hier rein das war's wie die kacke bin ich jetzt hier hingekommen das na schon wieder ah guck mal was haben wir denn hier die sehen aber krass aus soll ich sie abschießen haha nee lieber nicht ich frag mich wo die hinfliegen ich folg den einfach mal so ein bisschen hier landen wir mal hier landen wir mal ähm als erstes gehen wir mal speichern was haben wir hier ach schon wieder dieser atlas ich weiß nicht wo ich überhaupt diese atlas karte her bekomme boah ist das krass sieht ja richtig fett aus sieht ja richtig fett aus was haben wir gespeichert so gehen wir mal hier rein was wir was ist das ok ok kässe mal gucken oh ja ja hallo hallo na wie geht's dir tagelöhner janet platt bester freund aktuelle gag ansehen der händler blickt traurig auf die ausgangstür als säße er schon eine weile hier drin fest er beugt sich mit seinem schnabel nach unten und pickt deprimiert auf die energiezelle und das lebenserhaltungssystem seines anzugs er sieht abgenutzt aus die fehlen lang bedeutet dass er für die bedingungen auf dem planet und die räuber die draußen hüten anzureichend ausgerüstet ist ähm gehen wir mal kohlenstoff und belohnt mich sehr schön fortgeschrittene kühlung dankeschön aktuelle gag ansehen partner sehr nice hier steht hier unten äh äh um die gart mit dem besser freund neues wort würde ich mal sagen du hast einen gag niedrig gelernt ok ich glaube das kann man auch unendlich machen was das ähm ja toll jetzt habe ich wieder kohlenschopf bekommen so machen wir noch das hier und dann können wir auch weiter so ungewöhnlich gelernt ok dann würde ich mal sagen tschüss tschüss oh was haben wir hier reise meinstein erreicht geschätzte kunde geschätzte kunde gag ansehen 5 ok ähm was haben wir denn hier ja der antwort ist schwaches aber beharrliches piepern zu vernehmen ok wir müssen wieder diese code machen oh je ich habe keine ahnung welche ich mache einfach die hier scheiße verkackt naja Pech gehabt oh sieht das geil aus ich weiß nicht wie oft ich schon das gesagt habe wissens stein gegwort für sprache gelernt und trophäe halten die kriegssprache von pau warte gelernt 50 Achtung ok das habe ich auch gelernt ähm haben wir hier noch was hier können wir auch rein ok dankeschön gehen wir mal hier jetzt rein und dann geht es auch weiter äh äh hier ist nichts schade kein tier schade vielleicht finden wir ja irgendwo Tiere so weiter geht's wo man sieht schon krass aus ist glaube ich nacht gewonnen ne ja so gehen wir mal zu dieser operationszentrale hin was ist das komm hier gehen wir mal auch rein oh was haben wir da vorne warte erstmal speichern erst speichern und dann gehen wir da hin ja ja wenn er sumpfland wurde von dir entdeckt nach nachladebeschleunigung so hier haben wir navigator was war das mieter schade 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 doch er macht klar dass er eine gegenleistung erwartet äh seltene oxid geben titan komm machen wir mal das schade ein fairer handel das war's moment mal ba 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 ja äh um wort bitten schade abscheulichkeit haha das sieht aber komisch aus kann man sehen Augen sieht schon krass aus ok weiter geht's ach ja sieht das nice aus so liebe freunde ich werde mal sagen wir machen mit dieser folge hier schluss und in der nächsten folge geht es natürlich weiter schön dass ihr da wart und bis zum nächsten mal tschau im sehr sehr gut ihr seid habt 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 mit